Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Punkaboo mit mir, dem Baldur von den Microwavern. Wir haben in der letzten Folge mit Mühe und Not den Mujinweier überquert und wir stehen jetzt hier vor einem riesigen Dornwall und haben jetzt, wie man hier schon sieht, einen neuen Angriff gelernt, den wir jetzt mal testen werden, denn damit sollen wir die Blöcke, auf dem ich hier wild rumspringe gerade, zerstören könnten. Versuchen wir das mal. Doch, das funktioniert ganz gut offensichtlich. So, wir müssen jetzt drei Dornherzen zerstören, damit dieser Wall weggeht. Hier entlang, lass uns die Bauten und Herzen zerstören. Ah, jetzt sind die Dinger freigeschaltet worden, die vorher geschlossen waren. So, ah, da ist eins. Da ist eins und das letzte wird dann da sein. Okay. Dann, na, na, komm schon. Dann wollen wir die mal zerstören. So. 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 Da gab es nochmal einen kurzen Hinweis. Wuppa. So, genau. Umgekehrt wie vorher. Anders wären wir ja da nicht durchgekommen. Da haben wir nochmal Anima Regeneration. Sehr schön. Okay. Und da höre ich wieder. Da oben ist einer. Na. Ha. Ich hab dich gekriegt. Und ich auch. Quatsch. So. Sehr schön. Damit haben wir dann wieder 25 und haben vier Fragmente. Was heißt, wir haben insgesamt einen Lebenpunkt mehr. Ach, da bin ich doch mal voll dafür. Hätte ich schon ein paar Mal so gut gebrauchen können. Na. So. Weg mit dir. So. Da ist nochmal einer. Okay. Ich verstehe. Die mache ich auf jeden Fall mal weg. Weil da muss ich gleich durch. So. Hehehehe. Da oben sehe ich mal nichts. Was für mich von Interesse ist. Also geht es hier weiter. Hier weiter. Ach. Ne. Oder. Okay. Verstehe. Da komme ich nur hin, wenn ich da oben den weg mache. So. Hopp. Okay. Zack. Sehr schön. Weg mit dir. Weg mit dir. Hab dich. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ah. Okay. Den werde ich brauchen. Sehe ich gerade. So. Okay. Dann ab. Weil. Ach. Mann. Ich nämlich da auf die Äste springen muss. Sehr schön. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Zack. Na. 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 Leute. Werde ich jetzt unvorsichtig oder was? So. Gut. Okay. Okay. Ich höre doch da wieder hin. Lass ich mich mal fallen. Oder? Hätte ich besser nicht gemacht. Mist. Hab gedacht, dass da nach unten weiter geht. Das ist halt das, was ich irgendwie manchmal nicht so abschätzen kann. Ob da jetzt äh. Och. Leute. Komm. Ob da ähm. Jetzt ein Abgrund ist oder ob das einfach nur erhöht ist und dann da unten Boden oder so. Nee. Das muss eigentlich von hier kommen. Ah. Ich verstehe. Uh. Schwein gehabt. Da ist er. Da ist er. Zack. 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 Angekommen. Was ist denn das? Etwas, das jetzt weg ist. Okay. Ich bleib mal in Anfernung bei dem Zeugs da. Das ist mir irgendwie unheimlich. Sehr schön. Na. Na. Wow. 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 Watt da. Okay. So kriege ich sie auf jeden Fall weg. So. Aber. Okay. Ich versuche mal den Weg da unten entlang. Dachte ich es mir doch. Wow. 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 Schneller. Die halten auf jeden Fall mal einiges aus. Ach. Da muss ich nochmal springen. Okay. Und. Okay. Jetzt habe ich aber kein Anima mehr. nochmal wieder zu früh gedrückt. Das ist doch ätzend. Da höre ich dich. So. Komm. Nein. 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 Oh. Aha. Okay. Keine Ahnung. Wie ich den besiegen soll. Aus dem Sprung kann ich mein Schwert nicht werfen. Aus dem Sprung kann ich mein Schwert nicht werfen. Wenn ich stehen bleibe bin ich zu nah dran. Hm. Okay. So. Zack. 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 So. Da kann ich ja nur so besiegen. Ich weiß jetzt nicht wie das anders gehen soll. Kannst du mal aufhören zu springen. Oh. Vergammelte Gelantine du. So. Sind wir wieder an dem Punkt. Sehr schön. Komm. Danke. Okay. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Ich könnte versuchen dann zu blocken. Nee. Das ist das. Wow. Schwein gehabt. Ja. So. Nein. Wow. Okay. Zack. 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 Oh. Ernsthaft. Oh. Das war zu früh. Mann. 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 Konzentration ist noch. Man merkt's. Zack. So. Weg mit dir. So. Zack. 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 Okay. Sehr schön. Die Hand ist jetzt auch weg. Gut. Ah. Okay. Wir gehen mal selbstmord. und wünsche ich dir viel Spaß dabei. Okay. 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 Zack. Zack. Nein. Oh Mann. Zack. Werf. 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 Nein. Nein. Oh. Wieso kann ich nicht mehr. Nein. Das ist jetzt schlecht. Meine Nerven. Wie soll ich denn das jetzt machen? Ohne. Ohne Anima. Kann ich nicht werfen. Ah. Ich kann's blocken. Oh. Gut. 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 Ich muss ja rechtzeitig drücken. Oha. Was haben wir denn da? Du hast ein Nagito gefunden. Du hast ein Nagito gefunden. Dieses mystische Artefakt ist ein Gefäß gefüllt mit magischer Energie. Mit ihm kann Pankapu seine maximale Anima Punkte erhöhen. Pankapus maximale Anima Punkte wurden um eins erhöht. Gut. Das ist ja immer praktisch. Da ist nochmal irgendwo, ne? Ja. Da 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 da. Wann komm ich da hin? Hab dich gesehen. Da ist er. Da über mir. Keine Ahnung, wo ich reinkommen soll. Vielleicht bin ich gleich irgendwo reinfallen lassen. Ah, da. Sehr schön. Hallo. Sehr schön. Zack. Da ist nochmal ein Moutine. Den ich mir auf jeden Fall mitnehmen möchte. Verfehlt. Mist. Zum Glück, äh, nicht weit weg. Nein. Oh, du Arsch. So. Genau. Und jetzt springen. Genau. Und... mit dem Fall. Ausgetrickst. Ja. Woah. Ernsthaft. So, komm, mach mal Etch Naja, aber da oben muss ich hin Sehe ich gerade Okay Hm, ist äh Okay So, jetzt komm ich hin Sehr schön Springen So, so kommst du mich nicht davon Du kriegst mich nicht nochmal zu greifen so schnell So Oh, das wird Äh Etwas schwieriger Ernsthaft Okay Und Nein Mist So Och, komm schon Och Ich Depp Nicht aufgepasst So Okay Sehr schön Die Giese Ach nein Jetzt komm ich nicht da hoch Dann auch noch verfehlt 1A Super Mann, 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 Mann So Zack Zack So Dahin Glocken Springen Glocken Achso, ich kann ja wiederum sprungen mit Glocken, da war ich noch in der Luft gewesen scheinbar So Glock Weg mit dir Du lädst mich jetzt nochmal schnell auf, ein bisschen Dreimal Danke Zack Weg mit dir So Und dann da hin Jetzt beginnt der Blödsinn Genau Okay Anima Uh Ähm Wie mach ich denn das jetzt Einmal weg Komm, lad mich mal auf, bitte So Zweimal weg So Habe ich den jetzt verfehlt? Ernsthaft Jetzt aber nicht mehr verfehlt Oh, Mann, 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 So Ha 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 So Sehr schön Oh, ne, das Der lädt mir nur immer meine meine drei Anfangsherzen auf Mehr nicht Das kann ja mal ziemlich ätzend werden Okay Da ist das Herz So, okay Nee, okay Zack Der fliegt da Weg damit Weg damit Okay, wie mach ich denn das? Ah, ich muss das Herz angreifen Das kriege ich hin So Weg ist es Das eine Dornenharz Sehr schön Nur noch zwei Dornenboschherzen Und der Weg sollte sich öffnen Okay Aber was heißt Ich hab doch hier jetzt Nein So rum Ne Doch So Da fehlt mir wieder Einer Wo ist der nur? Ach Irgendwann Mal suchen Jetzt einen Moment Sehr schön So Aber An dieser Stelle Machen wir dann Schluss für heute Wenn es euch gefallen hat Dann lasst mir doch Einen Daumen hoch da Wir würden uns auch freuen Wenn ihr mal in die anderen Projekte Von uns reinschaut In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Ciao